Musik Herzlich willkommen und Glück auf, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Glück auf Kompakt, Ihrem Fernsehzuschauerservice mit Tipps und Informationen für Ihre Freizeitgestaltung in den nächsten Tagen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Sommerferien sind zu Ende. Bei Festen, Feiern und Veranstaltungen ist die Saison aber noch lange nicht zu Ende. Einige ausgewählte Empfehlungen habe ich für Sie auch in dieser Woche wieder mitgebracht. Wenn diese Sendung startet, dann haben die Feierlichkeiten zum 500. Stadtjubiläum in Lengefeld bereits begonnen. Auf das Programm der ersten Festtage haben wir ja bereits in der letzten Ausgabe hingewiesen. Und für den weiteren Verlauf der Woche schauen wir jetzt mal ins Festprogramm. Die Kinder- und ein Sportjubiläum stehen am 31. August im Mittelpunkt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein tolles Kinderprogramm auf dem Festgelände. 14.30 Uhr hebt sich auf der Bühne im Festzelt der Vorhang für das Musical der Grundschule Die drei kleinen Schweinchen. Der Abend steht im Zeichen des Sports mit einer Sportgala ab 19 Uhr im Festzelt. 175 Jahre SV Lengefeld und 100 Jahre Fußballtradition werden gefeiert. Umrahmt wird der Abend von Ina Schirmer mit Band. Der September wird mit einem Tag voller Technik eingeläutet. Im Nachmittagsprogramm am 1. September zwischen 14 und 18 Uhr warten am und auf dem Festgelände ein Kinderprogramm, Seifenkistenrennen, eine Technikschau der Freiwilligen Feuerwehr Lengefeld mit Mitmachaktionen und die Bundeswehr bringt Fahrzeugtechnik und die Scharfschützen mit. 18 Uhr beginnt dann ein Lampion-Umzug mit der Feuerwehr ab dem Festgelände August-Bebelweg. Auf dem Abendprogramm steht die Ehrenpreisverleihung der Stadt Pockau Lengefeld im Festzelt, musikalisch umrahmt vom Musikchor der Stadt Olbernhau. Am Freitag, dem 2. September, steht dann der Sport an sich im Mittelpunkt des Geschehens. Zwischen 14 und 18 Uhr können sich auf dem Festgelände, klein und groß, bei einem Orientierungslauf den richtigen Weg bahnen und an einem Fitnesstest mit der Bundeswehr teilnehmen. Auf dem Sportplatz findet zeitgleich das Bummi-Sportfest für die Schulanfänger statt. Wir bleiben gleich auf dem Sportplatz, denn dort beginnt dann 18 Uhr ein Traditionsfußballspiel. Zur selben Zeit reizen sich die Skatfreunde bei den Stadtmeisterschaften auf der Kegelbahn. Die Band Bostaurus heizt im Festzelt ab 21 Uhr dann richtig ein. Nach einer für viele kurzen Partynacht beginnt das Programm am Samstag, dem 3. September, bereits um 10.30 Uhr mit einem Bambini-Fußballturnier auf dem Sportplatz. 14 Uhr startet ein Kleinfeldturnier im Fußball ebenfalls auf dem Sportplatz. Zu einem Treffen der Generationen wird ab 15 Uhr ins Festzelt eingeladen. Dort sorgt dann auch die Gruppe Wanderer ab 20 Uhr für die beste Partystimmung. Auch der Sonntag, der 4. September, wartet noch mit einem tollen Programm auf. Die Big M.E.K. Band spielt zum Frühshoppen zwischen 10 und 13 Uhr im Festzelt. Ab 14 Uhr marschiert dann der große Festumzug durch die Stadt. Die Festwoche klingt mit Auszeichnungen und der Kassettendisco mit Mike Sparwasser im Festzelt aus. Da es im Stadtgebiet und unmittelbar am Festgelände mit dem Parken nicht ganz einfach ist, wurden extra Parkplätze, ein Kostenpflichtiger in der Nähe des Festgeländes und ein Kostenfreier an der Wolkensteiner Straße eingerichtet. Die bessere Alternative ist sicherlich der extra eingerichtete Shuttle aus den Ortsteilen direkt bis zum Festgelände. Unter der Internetadresse www.pockau-lengefeld.de sind in einem eigenen Bereich alle Programmpunkte, die Fahrpläne der Shuttle sowie viele weitere Informationen zum Fest aufgeführt. Schauen Sie dort ruhig mal vorbei. Von Lengefeld geht's jetzt in die Silberstadt Freiberg. Dort startet der September auch mit großen Events. Beliebt, auch überregional, ist die Freiberger Nachtschicht. Beste Unterhaltung, viel Live-Musik und ein erlesenes Shopping-Angebot erwarten Sie am 3. September in der Freiberger Altstadt bei der langen Kneipen- und Einkaufsnacht. Auf den Straßen sind mobile Künstler und Bands unterwegs, während die Stadt bei Licht-, Wasser- und Feuershows in buntes Licht getaucht wird. Es erwartet Sie ein langes Nachtshopping ab 18 Uhr. Die Innenstadthändler laden zu einer langen Einkaufsnacht ein. In ihren bunt beleuchteten Geschäften kann bei Sektempfängen, Modenschauen sowie Make-up und Styling-Angeboten bis teilweise 24 Uhr ausgiebig geshoppt werden. Bastel- und Rabattaktionen sowie Gewinnspiele versüßen den nächtlichen Bummel und machen sicherlich Lust, das vielfältige Angebot genauer unter die Lupe zu nehmen. Um 19 Uhr startet die große Kneipennacht. Kneipen, Restaurants, Bars und zahlreiche Stände der Freiberger Gastronomen, verteilt in der gesamten Innenstadt, bieten Open-Air-Live-Musik, kleine Konzerte, Cocktails, Wein- und Bierspezialitäten sowie allerhand zum Genießen an. Der Eintritt ist wie immer frei und gemeinsam wird das Nachttreiben organisiert von der Silberstadt Freiberg, dem Gewerbeverein, den Innenstadthändlern und Gastronomen. Wir bleiben noch einen Moment in Freiberg und laden Sie noch zu einem sportlichen Event ein. Lassen wir einfach die Organisatoren sprechen. Hallo Fußballfreunde aus der Region Freiberg-Mittelsachsen. Herzlich willkommen zum fünften Montage Service Siebert Cup in Freiberg auf dem Platz der Einheit an der Chemnitzer Straße. Zum fünften Mal präsentieren wir unser großes Turnier mit zahlreichen Traditionsvereinen aus Deutschland, darunter Hamburger SV, FC Hansa Rostock, Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue und auch internationale Gäste sind dabei, Lech Bosnahen, Austria Salzburg und Blau-Weiß Linz aus Österreich. Wir starten am Samstag, den 3.9. um 9 Uhr mit der Vorrunde und am Sonntag ab 11 Uhr finden die Finalparungen statt. Zusätzlich am Sonntag von 10 bis 13 Uhr haben wir Blasmusik Roscherma hier, die das Ganze musikalisch umranden. Ganz besonders aufgeregt werden, die zwei Vertreter der Region seien Fortuna Langenau und der BSC Freiberg. Ganz besonders freue ich mich, dass wir hier beim BSC Freiberg auf dem Platz der Einheit zu Gast sein dürfen. Die U14 Jahrgang 2009 spielt ab dieser Saison Großfeld und wir haben hier optimale Bedingungen mit zwei Rasenplätzen und einem Kunstrasenplatz. Auch wir der BSC Freiberg freuen uns sehr, dass wir nicht nur das zweite Mal selbst teilnehmen dürfen, sondern dass dieses Turnier sogar bei uns direkt vor der Haustür oder direkt bei uns im Zuhause stattfindet. Man hat sehr, sehr selten so eine hochkarätische Auswahl an Mannschaften. Deshalb wird es ein absolutes Highlight für Fußballfreunde. Wir freuen uns jetzt schon auf jeden Zuschauer, der hier dabei sein wird. Wir freuen uns noch viel mehr auf ein wunderschönes Wochenende, auf viele spannende, interessante Spiele. und wir danken auch jetzt schon im Vorfeld unserer Stadt Freiberg, dass sie es möglich gemacht hat, beide Rasenplätze rechtzeitig noch vorzubereiten und freuen uns auf ein wunderschönes Turnier. Jetzt gehen wir in den kältesten bewohnten Ort Deutschlands, der aber am 1. September-Wochenende alles andere als kühl ist. Denn die Kühnhaider feiern ihre Kirmes vom 2. bis zum 4. September. DJ Gralen heizt das Festzelt am Freitag, dem 2. September, ab 20 Uhr kräftig an. Die Blasmusik darf zur Kirmes natürlich auch nicht fehlen. Und dafür hat man die Marienberger Blasmusikanten engagiert, die dann am Samstag, dem 3. September, ab 13.30 Uhr aufspielen. Und zum Kirmestanz am Abend sind grenzenlos zu Gast. Ein Gute-Laune-Wochenende in Kühnheide ist vorprogrammiert. Und jetzt blicken wir schon mal ein weiteres Wochenende voraus. Der 9. bis 11. September ist bedeutsam für unsere Region. Denn der 6. Sächsische Bergmannshütten- und Knappentag findet in Olbernhau statt. Drei Tage voller bergmännischer Traditionen im Welterbe, in der Stadt Olbernhau und im Saigerhüttenareal. Am 9. September wird der Bergmannstag um 17 Uhr offiziell im Saigerhüttenareal auf der Bühne Kraftberg eröffnet. Das Saigern wie vor 400 Jahren steht am Samstag, dem 10. September, im Mittelpunkt. Außerdem sind viele Chöre zu Gast, die das Publikum erfreuen. Die Höhepunkte des Tages sind sicherlich der Wettstreit der Vereine um den Bergmeisterpokal ab 13 Uhr und der große bergmännische Zapfenstreich am Samstagabend ab 21.30 Uhr. Der Sonntag, der 11. September, beginnt mit einem Berggottesdienst in der Stadtkirche und endet dann mit der 13.30 Uhr beginnenden großen Bergparade, die vom Saigerhüttenareal bis zum Gessingplatz marschiert. Ein beeindruckender Moment für alle Teilnehmer und die Gäste ist dann sicherlich das Abschlusszeremoniell der Bergparade auf dem Gessingplatz, wenn alle teilnehmenden Bergkapellen gemeinsam musizieren. Alle Informationen zum 6. Sächsischen Bergmannshütten- und Knappentag finden Sie im Internet unter der Adresse www.bergmannstag2022.de Und damit sind wir schon am Ende von Glück auf Kompakt für diese Woche angekommen, liebe Zuschauer. Falls Sie später eingeschaltet haben, dann ist das kein Problem. Unsere Sendung läuft mehrmals täglich im Programm bei Glück auf TV Kanal 9 Erzgebirge und bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Aber auch auf YouTube und in unseren Mediatheken können Sie die Sendung jederzeit rund um die Uhr individuell anschauen. Und wenn auch Ihr Angebot, Ihre Veranstaltung oder Ihre Einrichtung in unserer Sendung Erwähnung finden soll, dann melden Sie sich einfach bei uns. Am besten geht das per E-Mail unter der Adresse kompakt at glück-auf.tv. Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe von Glück auf Kompakt ist Mittwoch, der 31. August 2022, 12 Uhr. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen, wünsche eine schöne Zeit und viel Freude bei allem, was Sie tun. Wer gerade im Urlaub weilt oder dieser noch bevorsteht, der erhole sich gut. Bleiben Sie gesund und Glück auf bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017